Guten Abend und herzlich willkommen an alle Zuhörer, Zusehenden und natürlich an dich, Hauke. Ja, hallo Micha, Grüße aus dem Norden in den Osten und natürlich an alle, die jetzt gerade live zugucken oder das irgendwann aus der Konserve genießen. Ihr seid alle gegrüßt. Genau, und Grüße vom Osten zurück überall hin und natürlich nicht zu vergessen, es ist Podcast, meine Kerle. Ja, und es gibt einen wunderbaren Becher. Jetzt siehst du, glaube ich, das Drama mit dem Greenscreen. Ja, also alles, was jetzt transparent ist, das ist eigentlich grün. Und eigentlich ist es sogar gut, dass man das jetzt nicht ganz so sieht, denn vor ein paar Tagen sah dieser Becher nämlich noch anders aus. Ich bin unter die Materialforscher gegangen, denn dieser Becher, das ist derjenige, den wir euch bei den Kiel Open Source und Linux Tagen signieren können, theoretisch, wenn ihr den vorher bestellt habt. Und der Hersteller vom Becher wusste nicht, was passiert, wenn ich den Becher nochmal in den Ofen stelle, um mit einem anderen speziellen Keramikstift, worauf man natürlich auf Keramik und Glas malen kann, um die Farbe einzubrennen. Also die Rückseite sieht jetzt bei mir so aus. Nein, 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 ich habe gerade die Werbung drüber von deiner Webseite. Jetzt kannst du es jetzt weiter zeigen. So sieht es von hinten aus, das sind diese speziellen Stifte und man muss den Becher, um die Farbe einzubrennen, bei 160 Grad für 25 Minuten in den Ofen stellen. Und die Vorderseite hat es nicht ganz so überlebt. Also irgendwie die Farbe, die der Hersteller da draufdruckt, ist nicht so hitzeresistent. Das sifft da so ein bisschen aus den Bereichen raus, wo es eigentlich hingehört und dann sieht es nicht mehr so schön aus. Also von daher Materialtest gemacht, hat es nicht ganz bestanden. Von daher nehmen wir dann zum Signieren einen anderen Stift, wenn ihr das gerne haben möchtet. Genau. Und wenn ihr das gerne haben möchtet, habt ihr noch bis zum 08.09. die Möglichkeit, quasi euch eine solche Tasse zu bestellen. Wichtig ist, die ist nur für Selbstabholer. Die können wir nicht verschicken. Aber wenn ihr die euch direkt zu den Kieler Open Source und Linux Tagen abholen kommt, können wir, damit sind wir alle drei gemeint, auch gleich die Tasse mitsignieren. Genau, alle Infos. Ich schicke nochmal kurz die Links rum. Zumindest bei mir habe ich den. Stimmt. Mir fällt gerade auf, dass ich YouTube nicht offen habe. Den Chat, den musst du heute mal im Auge weilen. Mach ich, mach ich, mach ich. So, hier kommt ein Link. Palüm bei meinem Stream. Nichterweise letzter Schluss könnt ihr das Ganze auch im Moment live sehen bei YouTube. Und dann sind wir natürlich bei Saint of Sinner bei Twitch und bei Linux Guides. Ne, ja, doch. Linux Guides.de-live. Exakt. So, und da schmeiße ich den Link auch nochmal rein. So, schneller. Achso, machst du. Okay, gut. Jo. Dann passt das. Genau. Alle Infos da, wie er an so eine Tasse kommt, auf der Webseite mit dem Link. Kann ich das nämlich ausblenden wieder, wenn ich es finde? Da. Da sind wir wieder. Zumindest optisch. Ja, sehr schön. Und für alle, die sich es anhören, als wäre nichts passiert. Da müsstet ihr halt mal, für alle, die das nur hören und ganz gerne so eine Tasse haben möchten und vielleicht irgendwo aus dem Norden kommen oder auch ganz gerne mal einfach so nach Kiel kommen möchten, da würde es sich zu den Kieloks lohnen, einfach mal auf goos-habermann.de slash tft Wie der Monitor, aber es ist die Tux-Flash-Tasse. Ja, genau. Wo wir schon dabei sind bei den Kiel-Open-Source- und Linux-Tagen, das Programm ist jetzt auch fertig und veröffentlicht. Also ihr könnt jetzt schon gucken, was wir an den zweieinhalb Tagen machen. Wir fangen am 19. September, das ist der Linux-Presentation-Day. Da gibt es nachmittags drei Vorträge. Ich habe das noch nicht im Kopf. Und dann die nächsten beiden Tage haben wir volles Programm mit Workshops, mit Vorträgen und wir sind dieses Mal sogar in der glücklichen Lage, dass wir mehr Angebote gehabt haben, als wir eigentlich Räume zur Verfügung haben. Von daher gibt es jetzt Workshops in einem anderen Teil vom Kieler Innovations- und Technologiezentrum, mit dem Kitz, wo wir schon sehr lange, ja schon über 20 Jahre, ja schon unsere Veranstaltung drin haben. Und in einem anderen Gebäudeteil, da finden jetzt Workshops statt, weil wir die sonst in unseren normalen Räumen nicht mehr untergebracht bekommen hätten. Also guckt gerne drauf unter keylooks.de, was euch da so alles erwartet. Und für die Workshops müsst ihr euch vorher anmelden. Alles andere kommt einfach vorbei, wie ihr wollt. Und es gibt eine Ausstellung, es gibt lustige Aktionen dazu, ein bisschen Rätsel, Krempel, ein bisschen Verlosung, gemeinsames Grillen, Frühstücken, Stände und so weiter und so fort. Also vorbeikommen lohnt sich und man kann uns drei, also Jean, Micha und mich auch dort treffen. Da laufen wir uns eventuell über den Weg. Ja, genau. Ich gucke gerade, wer hat denn Kaffeekuchen-Pinguin für 17 Uhr angesetzt? Das passt doch fast nicht mehr von der Zeit. Wieso gibt es Einsprüche? Ja, es ist ein bisschen spät, um 17 Uhr noch Kaffee zu trinken, oder? Ach, im Norden laufen die Uhren ein bisschen anders. Ja, braucht man da den Entkoffinierten. Da lässt man mal die Mate im Kaffee weg. Ja, das kann man natürlich machen. Aber ich sehe gerade, also Programm ist ordentlich voll. Das ist sehr schön. Kaffee geht doch immer. Es gibt Leute, die eigentlich die ganze Zeit bloß diese Mate trinken. Also von daher, ich weiß auch nicht, wie die das hinkriegen. Ob es denn irgendwann so ein Mittelchen gibt, um das wieder zu neutralisieren. Also ich finde es erstaunlich. Aber ja, einige sind ja sehr koffeintolerant. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen, aber man kann ja auch was anderes denn nehmen. Mhm. Was war es genauso? Okay, um 23.45 Uhr, letzten Kaffee. Hm, das ist ein Schlafkaffee, oder? Genau, der zum Runterkommen bestimmt. Ja. Ja, oder halt Tee. Da gibt es ja auch, also die enthalten ja auch Koffein und auch nicht zu knapp. Je nachdem, wie stark man die Dosierung macht. Ja, dann haben wir natürlich noch die TUX-Tage, beziehungsweise dieses Jahr ist es ja bloß ein Tag. Das ist noch 2. November? Das ist immer noch der 2. November, genau. Programm ist noch nicht fertig. Ihr könnt sogar noch einreichen, wenn ihr mitmachen möchtet. Dort einfach mal auf tux-tage.de gehen und dann auf Vortrag einreichen. Mal euren Vortrag abgeben. Die Chance besteht noch. Bis zum 15. September, meine ich sogar. Ja, genau. Hast du recht, das ist richtig. Ja, gut. Ich habe gesehen, du hast dich so ein bisschen mit den Problemen der Moderne beschäftigt. Sprich, mit dem kaputten Internet in Deutschland und warum wir Stun- und Turn-Server brauchen. Stimmt, das habe ich gemacht. Das Video ist jetzt ja, Moment, diesen Dienstag rausgekommen. Also wir benutzen häufig Nextcloud Talk für Videokonferenzen und also mit oder ohne Videobild, manchmal auch quasi bloß Telefonersatz. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und manchmal gibt es das Problem, dass man keine 1-zu-1-Verbindung kriegt. Üblicherweise ist es dabei so, dass es eine Peer-to-Peer-Verbindung zwischen den einzelnen Teilnehmern gibt, sodass der Server damit mit den einzelnen Audio- und Video-Datenpaketen nichts zu tun hat. Die bekommt er auch nicht mit, sondern das fließt dran vorbei von den einzelnen Teilnehmern direkt zueinander. Das klappt allerdings bloß, wenn mindestens einer von den gegenüberliegenden Teilnehmern eine richtige IP-Adresse nach draußen hat. Also, dass das nicht durch eine Firewall irgendwie blockiert ist oder durch dieses, so, wie heißt das, wie rum sind jetzt die Buchstaben? Great Carrier Net oder so? Ja, ja. Das war sogar richtig, oh, krass. Das ist eine Variante, die so ähnlich funktioniert wie das NAT, was bei euch zu Hause in dem Router stattfindet, sodass verschiedene Rechner, Mobilgeräte, die hinter eurem Router zu Hause sind, nach außen hin eine öffentliche IP-Adresse haben. Das gibt es vom Prinzip her auch auf Provider-Ebene und vor allem immer dann, wenn dem Provider die IP-Adressen ausgegangen sind, sodass nicht ein Kunde, der sich gerade aktuell eingewählt hat oder mehr oder weniger eingewählt hat, diese IP exklusiv kriegt, sondern mehrere, die sich diese teilen. Dann klappen diese Videokonferenz oder diese VoIP-Sachen von einem zum anderen Teilnehmer nicht mehr wirklich, wenn beide sowas haben. Also, das kann irgendwie eine gewisse Zeit funktionieren, dann wieder nicht und also es ist nicht wirklich stabil. Und als Problemlösung oder als Lösung für dieses Problem gibt es Stun und Turn, wobei das eine, die also so eine Vermittlerrolle einnimmt, also beide Seiten schicken ihre Datenpakete zu einem Server hin und da verteilt die an den anderen weiter. Das funktioniert insofern, weil man von innen, also von seinem eigenen Netzwerk zum Internet, die eine Verbindung aufbauen kann und das machen dann beide und die treffen sich dann auf diesem Server, der so ein Relay ist. Genau, und das habe ich dann mal, wie ich das immer so mache, also ich habe das für mich dann gelöst für Nextcloud Talk, habe ich einen Cotern-Server aufgesetzt, das dann und Turn verwendet, wie man das Ganze einrichtet mit Konfigurationsdateien und wie man das anschließend auch in Nextcloud Talk einrichtet. Denn das Blöde an dem Ganzen ist, es ist schon ein Turn-Server, meine ich, eingetragen, der mal wohl bei Nextcloud.com gehostet war, das war irgendwie Turn, oder war es Stun? Also eins von beiden. Erst dann ist es gewesen. Das ist es gewesen, genau. Und das funktioniert nicht mehr. Also das, irgendwie haben sie die Infrastruktur an der Stelle abgeschaltet, von daher, das hat nicht funktioniert. Und Nextcloud hat auch nicht gesagt, ja, Verbindungsprobleme hier, da müsste man was machen, nö. Und auch bei den ganzen Aktualisierungen, die die Nextcloud da bei uns immer mitgemacht hat, da gab es auch nicht irgendwann mal so eine Umkonfiguration, sodass das dann automatisch irgendwie umgezogen wäre. Also das ist sehr unbemerkt von mir in so einem unkonfigurierten Stand deswegen gewesen. Und, naja, hin und wieder gab es halt diese Verbindungsprobleme, die aber auch nicht wirklich reproduzierbar waren. Mal hat es funktioniert, mal nicht. Dann hat Neuladen vom Webbrowser irgendwie geholfen und das ist irgendwie alles total komisch gewesen. Aber jetzt mit dem Code-Turn-Server dazwischen funktioniert das bis jetzt alles super. Genau, wenn ihr das genau wissen wollt, guckt in meinem Kanal nicht, da war ich seit letzter Schluss. Ansonsten, ja. Genau, wenn man DSL-Lite hat, ist man auch hinter einem NAT-Netz. Also da hat man sehr schnell auch dieses Problem. Und ist quasi davon betroffen, wenn mal die Verbindung nicht klappt. Du hast auch ganz viel in Firmen, dass Firewall-Richtlinien so doof eingesetzt oder angezogen sind. Wobei man darf ja nicht sagen, dass die doof angezogen sind. Die sind einfach sehr, sehr strikt angezogen. Dass manche Telekonferenzlösungen oder Videokonferenzlösungen einfach so nicht funktionieren. Da braucht man quasi so einen Vermittler, der das quasi extern löst. Und wenn wir eigentlich ein richtig vernünftiges Internet hätten, hätten wir die Probleme eigentlich ganz oft gar nicht. Das stimmt, haben wir aber nicht. Ja, was wollen wir machen? Das ist ein bisschen, naja, traurig. Aber das wussten wir ja schon alle. Ja, ist ja nichts Neues. Richtig, ist ja eine Dauerbaustelle seit Jahrzehnten. Ja. Was keine Dauerbaustelle ist, das habe ich mir nämlich so ein bisschen mal die letzten Tage so nur für mich angeguckt, der neue Cosmic Desktop von System76 oder eben TopOS. Und ich muss sagen, jetzt so mit, die erste Alpha hat jetzt schon ein paar Updates bekommen. Das, was funktioniert, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich werde vermutlich bei PopOS bleiben und auch den neuen Cosmic Desktop so verwenden, wie er gedacht ist. Wenn er denn ein Beta und ein Stable State erreicht. Aber es sieht alles ganz gut aus. Also für das, was es jetzt ist, funktioniert es schon ziemlich gut. Ein paar ganz kleine marginale Sachen, sage ich mal, wie so ein Farbschema importieren. Den geht halt noch nicht, aber wird garantiert noch. Also ich bin sehr, sehr fasziniert, an was die alles gedacht haben. Auch von der Anpassbarkeit. Das, was vorher schon funktioniert hat mit diesem Autoteiling, mit der, wie heißt das, PopShell. Funktioniert genauso, aber halt auch irgendwie besser und flüssiger. Also flüssiger noch in Anführungszeichen, der, wie würde man sagen, der Flow ist ein bisschen besser. Aber flüssiger ist es noch nicht, weil Alpha-Status. Aber gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und es gibt ja dann dementsprechend mit wieder vielleicht einen neuen Desktop-Environment, die sich vielleicht so ein bisschen gegen Gnome oder KDE oder was ist noch. Also Gnome und KDE sind somit die größten, wenn man jetzt so irgendwo sich ein Linux installiert. Da hat man da sehr hohe Chancen. Was hat man noch so? Ja, XFCE schwebt unter dem, so ein bisschen teilweise unter dem Radar, aber ist noch ein bisschen größer. Ja, also es wird mal wieder richtig aufgeräumt. Finde ich ganz gut. Jetzt ist die Frage, wirst du es dir angucken, wenn es irgendwann soweit ist? Oder denkst du dir, mein TDE funktioniert sehr gut? Danke. Oder mal überlegen. Benutzen werde ich es aktiv nicht. Aber das kann natürlich sein, dass ich es mir irgendwann mal angucke, wenn ich irgendwie sehe, es ist eine sehr große Nachfrage nach dem Thema gerade, dass ich das vielleicht einfach mal so ein kurzes Video dazu mache. Ich klicke mich da mal durch. Ich kenne mich nicht aus, aber ich klicke mich da mal so durch als unbedarfter Erstnutzer. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also warum nicht? Also solche Sachen mache ich ja hin und wieder mal. Auch weil ich es selbst nicht kenne. Eigentlich schon von vornherein bei vielen Sachen weiß ich, werde es wahrscheinlich niemals brauchen. Aber warum nicht mal Horizont erweitern? Einfach mal gucken und Video mit daraus machen. So ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann ein bisschen was dazu erzählen. Und hinterher schneiden und fertig ist das Video. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich sowas machen werde. Aber du wirst ja wahrscheinlich meinen Livestream dazu machen, oder? Ja. Also jetzt in dem Alpha-Status lohnt es sich einfach noch nicht, weil zu wenig, also gerade aktuell geht. Also ich würde ja wirklich gucken, was ist in dem Desktop-Environment schon benutzbar. Da kommt es auch für mich darauf an, wie anpassbar ist dieses Desktop-Environment. Und da sind einfach noch zu viele Bugs. Also wie gesagt, man kann kein Farbschema importieren, exportieren. Also es bringt mir jetzt auch nichts, so als Plan für den Stream, mir jetzt mein Farbschema fertig zu machen. Und ich kriege es dann nicht raus aus dem System, dass ich es irgendwann wieder importieren könnte. Also das ist für mich dann quasi noch so ein bisschen verschenkte Energie in dem Moment. Da warte ich einfach, bis das funktioniert. Ich habe da ja noch die Maschine, die virtuelle Maschine da. Ich gucke da regelmäßig rein. Und wenn das dann rund ist, passt das. Ein anderes Icon-Theme habe ich schon installiert. Und da ist immer das Problem mit neuen Desktop-Environments und gerade auch System76 mit dem Cosmic-Desktop, was ja auch nur ein Anagramm ist. Wie war es denn? Computer? Boah, ich kriege das Anagramm nicht mehr zusammen. Aber Cosmic ist ein Anagramm. Also das ist eine Abkürzung für irgendwas total Verrücktes. Wie das halt immer so ist. Die haben jetzt eigene Applikationen. Also das Ding heißt Cosmic Files, Cosmic Terminal. Und da passt das ja meistens noch nicht für alle, die sich schon mal ein bisschen mit Icon-Theming oder Icon-Theming so auseinandergesetzt haben. Im Endeffekt hat man immer das gleiche Icon für so einen Dateimanager. Aber innerhalb des Icon-Themes sind quasi Softlinks vergeben für eben diese spezielle Anwendung. Also wenn es jetzt der Tuner in Xfce ist für den Dateimanager oder eben der Nautilus oder der Nemo. Da sind quasi diese Softlinks noch nicht erstellt. Das muss man so ein bisschen im Nachtrag dann machen, bis dann irgendwann mal der eigentliche Maintainer das anpasst oder vielleicht sogar für die Applikation dann wieder ein eigenes Icon macht. Aber so ein bisschen unter der Haubearbeit ist immer dann noch mit drin. Aber das ist der Neuheit an sich geschuldet. Deswegen, ja, das werden wir uns garantiert in einem Livestream angucken. Du kannst dir übrigens, das habe ich heute nämlich mit Spannung und Freude gelesen, das Ganze einfach dann in deiner Manjaro VM installieren. Da gab es nämlich heute ein etwas größeres Update oder vor kurzem. Und da sind auch oder ist auch der Cosmic Desktop dazugekommen. Du könntest dir jetzt in dem Alpha Stadium auch in Manjaro installieren, wenn du das möchtest. Gibt es schon Binärpakete dafür? Irgendwann habe ich gesehen, dass da jemand das ausprobiert hat. Und der meinte dann, naja, das Ende erlebe ich jetzt ja wohl nicht mehr, bis es durchkompiliert ist. Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Und ja, also ich glaube, das muss ich mir dann nicht geben. Mhm. Also, falls jemand das ausprobieren möchte, wo der Rechner die ganze Zeit nur Däumchen dreht und es vielleicht günstigen oder mehr oder weniger kostenlosen Solarstrom gibt, baut euch den Cosmic Desktop unter Manjaro. Kann man ja mal machen. Aber, nee, also, das wollte ich denn nicht ausprobieren. Da würde ich drauf warten, bis es wirklich Binärpakete gibt, die sich relativ zügig installieren lassen. Ja, das dauert mir einfach zu lange. Das ist dann klar. Ja, also, ich bleibe da mit Spannung dran. Oder was ist jetzt mit Spannung, mit Interesse? Ich werde jetzt hier heute nicht einschlafen können. Deswegen, so ist es nicht. Ja, also, ich... Das ist ja mal schön, dass man wieder dabei ist oder teilhaben kann an der Neuentstehung eines Desktops. Also, die bestehenden Desktops sind ja jetzt auch schon irgendwo alle in die Jahre gekommen. Wann ist das letzte große Desktop-Environment entwickelt worden? Und ich meine jetzt wirklich Desktop-Environment. Also, ich klammere jetzt mal Window-Manager aus. Da ist ja immer Bewegung drin. Also, Hyperland, so der letzte große Player. Und Ragnar, der Hyperland nachgemacht hat, nur auf X11-Basis. Und da, glaube ich, irgendwie eingeschlafen ist das Projekt zum Beispiel. Die sind ja noch, in Anführungszeichen, relativ jung. Aber wirklich so ein fertiges Desktop-Environment mit allem drumherum, daran könnte ich mich jetzt gar nicht so zurückerinnern. Außer eben große Versionssprünger wie KDE von 5 auf 6 zum Beispiel. Wobei, da war der Sprung nicht so extrem, muss man auch sagen. Also, ich bin gespannt auf die Entwicklung. Wie das angenommen wird und wie sich das dann quasi auf andere Distributionen verteilt. Mal gucken, in welcher Debian-Version dann der Cosmic-Desktop zur Verfügung steht. Ob wir da irgendwann bei Debian 15 mit rechnen können? Gute Frage, ne? Also, gibt es irgendwie so einen groben Plan, wann es fertig sein soll? Also, vom Cosmic-Desktop-Projekt? Naja, also, Cosmic-Desktop soll ja mit PopOS 24.4, der Name ist jetzt natürlich verwirrend, aber die haben für Ende August, Anfang September das Ganze angekündigt. Also, dafür, dass er noch in der Alpha ist und relativ schnell in die Beta kommen soll. Also, ich habe jetzt auch nicht weiter gelesen, ob der nochmal nach hinten korrigiert wurde, das Datum. Vielleicht weiß das zufällig jemand von den Zuschauern. Aber bis jetzt sind die noch auf dem Trichter, das bald soweit sein soll. Also, bald, wirklich bald, bald. Ja. Also, jedes Mal, wenn ich... Okay. Der hat den Motor jetzt nicht aufgerissen. Ähm, nur angeteutet. Ähm, das, was ich so mitkriege in der virtuellen Maschine, ist jedes Mal, wenn ich sie anmache, gibt es auch wieder Cosmic-Updates. Also, äh, äh, es schläft nicht, der Prozess. Sagen wir so. Wäre jetzt auch Quatsch. Also, ich möchte jetzt mal meinen, dass da relativ viel, ähm, reingeflossen ist an Entwicklungszeit und dem Ganzen. Ähm, da sollte es auch zeitnah zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Aber das müssen wir abwarten. Vielleicht wird es nach hinten verschoben. Wäre ich jetzt auch nicht, äh, böse drum. PopOS 22.4 ist immer noch gut. Und immer noch aktuell. Also, ich hab da... Was ist das jetzt? Ein 6, 9er-Körnel. Und, äh, ja. Läuft immer noch gut. Also, ich bleib da gespannt dran. Und es sieht so aus, als würde ich dann keinen großen Wechsel machen wollen würden. Vielleicht aber doch, äh, Cosmic Desktop, aber dann Manjaro-Unterbau. Ich weiß es noch nicht. Vermutlich wird einfach mal hier der Test kommen. Mit meinem System kann ich ein Disk-Upgrade machen mit dem veränderten Unterbau. Also, was ist veränderter Unterbau? Ich hab ja, äh, BTAFS unten drunter. Das ist ja von PopOS standardmäßig so nicht so richtig gewollt. Gerade nicht, wenn man, ähm, mit Timeshift, ähm, Snapshots machen möchte. Also, das BTAFS kann man auswählen bei der Installation. Nur macht er dann keine Sub-Volumes. Und dann verlierst du eigentlich relativ, ähm, viel Funktionalitäten von BTAFS. Also, das ist dann... Deswegen musste ich da ein bisschen rum, äh, friemeln. Ihr kennt das ja. Ja, wenn's eigentlich so passt, dann verändert man's. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt, ob das Upgrade so klappen würde. Ob's überhaupt upgradbar ist, ist ja die nächste Frage. Je nachdem, wie, äh, wie heftig Cosmic in den Desktop haut, äh, Desktop in den Cosmic haut, wollte ich grad sagen. Aber, ähm, wie heftig, äh, der Cosmic-Desktop dann das System beeinflusst, äh, wird hochinteressant. Ich bleib da immer noch gespannt. Also, äh, ich hab da auch... Inzwischen hab ich Bock drauf, seitdem ich die Alpha habe. Also, äh, vorher hab ich ja noch ein bisschen anders drüber geredet. Ähm, KDE wird quasi trotzdem so mein, mein Zweit, äh, Desktop so bleiben, weil... Ähm, äh, der ist so schön anpassbar. Ich... Also, vom ursprünglichen Plan bin ich weg. Dann 24.4 PopOS zu installieren und dann einfach noch ein KDE mit zu installieren, da bin ich jetzt weg. Also, ich... Seit der Alpha ist der Plan, äh, gescheitert. Das ist auch ganz gut so. So. Ja. Aber KDE, äh, wird immer noch mein zweitliebstes Pferd im Stall bleiben. Jihau. Ja, so ungefähr. Ja. Das, das, das war jetzt so das, was mir so die letzten Tage so ein bisschen, ähm, so außerhalb der Streams so vor, äh, oder in, in den Gedanken rumgegangen ist. War ganz interessant. Oder ist immer noch interessant, sagen wir so. Deswegen. Jo. Ja. Also, ich hab nebenbei noch mal geguckt, also irgendwie fiel mir Budgie noch ein. Einer der neueren Desktops. Aber, äh, Projektstart war jetzt 2013, das ist ja nun auch nicht mehr so neu. Nee, deswegen. Von daher, hm. Und der Cosmic ist ja auch in Rust geschrieben, oder? Richtig, genau. Und verwendet auch noch ein eigenes GUI-Toolkit? Irgendwie ICE oder so? Stimmt, das hast du mich ja irgendwann mal gefragt. Äh, richtig? Irgendwas mit ICE, ICE-VM? Nee. Indomanger? Nee. ICE-VM ist noch was anderes? Ist was anderes, genau. Also, ähm, also mit diesen, ähm, GUI-Toolkits, worauf ja viele Sachen basieren, also Qt für KDE und so. Dann haben wir noch GTK für, äh, Gnome und, äh, ja, ähnliche Sachen, also XFC ist, glaube ich, auch GTK. Dann gibt es noch, ähm, was gibt's denn noch? Also, es gibt noch so ein paar kleinere, die aber nicht so wirklich weiterentwickelt werden. Von daher gibt es eigentlich bloß als wirklich große, stetig fortentwickelte Qt und GTK. Dann gibt's noch, ähm, TK. Und, aber, also, das ist halt schwierig, ne? Also, da ist eigentlich wenig, äh, wenig, wenig Auswahlmöglichkeit, was man so machen kann. Das ist irgendwie schade. Und wenn jetzt hier, äh, Cosme, ich gucke mal nach, ähm, nochmal sowas neu macht und wirklich da dran bleibt, sodass man nochmal vielleicht ein drittes, größeres, ähm, eine größere Bibliothek hat, um grafische Elemente auf dem Bildschirm zu zaubern, fände ich das auch ganz gut. Also, selbst wenn ich den, den Desktop jetzt nicht verwenden möchte, aber dann hab ich nochmal eine andere Variante, wie ich jetzt, äh, Schaltflächen und Auswahlfenster, äh, ja, diese, diese Checkboxen und sonst irgendwas dahin kriege. Das fände ich abseits davon eigentlich auch ganz gut. Ja. Mhm. Ja, kann ich so auch erst mal unterstützen, die Aussage. Sagen wir es mal so. Ähm. Ja. Wer muss ich eigentlich nicht dazu sagen? Beziehungsweise, die haben sogar ein Feature bedacht. Oder was heißt ein Feature? Ein, die, eine Designmöglichkeit, weswegen ich mir eigentlich KDE angeguckt habe. Also, das, das, das hört sich jetzt komplett bescheuert an. Ähm, aber ich bin inzwischen ein Freund eines, in Anführungszeichen, schwebenden Top-Panels. Man kann bei KDE inzwischen das Panel schwebend machen, das quasi noch so ein ganz kleiner, ähm, transparenter Rand drumrum ist, dass eben das Ding nicht, äh, äh, so an, an, an die Decke genagelt oder an den Boden, äh, gepappt aussieht. Ähm, selbst das ist in der Alpha schon drin. Für das Top-Panel und auch für das Dock unten. Also, das kannst du dir mit wenigen Mausklicks sehr, sehr modern machen oder es auch lassen. Also, das, selbst das war mein, ähm, ähm, größter Aha-Moment, neben den ganzen anderen Aha-Momenten, die ich bis jetzt mit der Alpha hatte. Also, das war wirklich, äh, total verrückt. Hier wird gerade geschrieben, war der Pantheon von Elementary OS nicht relativ neu? Ja, relativ, äh, ist auch schon wieder ein bisschen in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ich hab jetzt nicht rausgefunden, ob der schon von Anfang an in dem Elementary OS drin war. Wenn, wenn's gewesen ist, ah, was hab ich gerade gesehen? 2011? Ist das das erste Mal rausgekommen? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich, also, ich hab's gelesen, hab's, hab's quasi schon abgeheftet und vergessen, so ungefähr. Also, das Ding ist auch nicht mehr neu. Also, äh, aber, ähm, es ist erstaunlich, wie, wie schnell die Zeit auch vergeht. Also, Erstveröffentlichung von Elementary OS war am 31. März 2011. Und wenn der Pantheon-Desktop an, von Anfang an mit dabei gewesen ist und nicht irgendwann später dazugekommen wäre, wären das jetzt, ähm, ja, über 13 Jahre. Also, der ist sogar noch älter als Budgie. Verrückt, oder? Also, wie die Zeit manchmal verrennt. Ja, es ist, ja, es ist, ja, es ist, also, unglaublich, ja. Aber ich bin, ich, ich muss sagen, zur Zeit alles, was so relativ neue Projekte sind, überraschen mich eh zur Zeit sehr stark. Also, ich hab ja letzte Woche mein Wiki umgezogen von Bookstack, weil Bookstack einfach meinem Workflow nicht mehr so entsprochen hat, dass ich damit noch, ähm, wirklich adäquat, äh, arbeiten konnte. Also, was jetzt adäquat, ähm, effektiv arbeiten konnte. Und bin dann auf Dogmost umgestiegen, was ja auch erst wenige Monate alt ist. Das einzige Ding, was ich gefunden habe, Dogmost ist ja so ein, so ein, so ein Wiki. Einfach so ein, so ein selbst gehostetes, selbst verwaltetes, äh, verwaltetes Wiki. Ähm, man kann sogenannte Spaces anlegen, aber man kann sie aktuell noch gar nicht löschen. Also, ähm, es kommt ein Standard-Space mit, wo du deine ganzen Einträge reinmachen kannst. Der hieß aber Wiki, oder eben nicht Wiki, und ich hab einfach einen neuen angelegt, äh, damit ich da drin arbeiten kann. Konnte halt den alten nicht löschen, na gut. Aber der Rest hat halt wunderbar schon funktioniert. Es war schon eine Fülle an, an, ähm, Funktionen drin. Da war ich dann durchaus wieder, äh, ziemlich begeistert, was mit genügend, ähm, Herzblut und Begeisterung da, äh, manch einer da heutzutage schon zustande kriegt. Also, ich bin zur Zeit sehr positiv von dem, von der ganzen, äh, von dem ganzen Drumherum überrascht, sagen wir es so. Boah, was ich zur Zeit echt nicht, äh, äh, nicht, nicht, nicht mehr hören kann, ist E-Mail. Also, ich hab schon wieder, ja, ja, das sind so Kaskaden-Probleme. Das, das, das wollen wir jetzt nicht anfangen. Das, okay, gut, dann, äh, steige ich da auch gar nicht erst ein. Nee, besser nicht. Spaß oder nicht Spaß mit Mail-Servern, mhm? Und mit einigen Anbietern oder nicht Spaß mit, okay, gut. Nächstes Thema. Ja, wenn du einst hast. Ach so, ähm, ich, ich dachte, du hast jetzt noch irgendwie was, was nichts mit Mail zu tun hat. Nee. Also, ähm, da bei mir die, äh, Zeit jetzt natürlich relativ, äh, knapp ist mit den Kilo Open Source und Linux Tagen, ähm, hab ich mich jetzt auch so abseits davon relativ wenig mit Dingen beschäftigt. Was ich aber gemacht habe, also auf, äh, als Vorbereitung dafür und schon so ein, ähm, Veranstaltungshinweis, im Veranstaltungshinweis, es wird so ein Rätselbereich dort geben, so ein, äh, Setting, was sich im, im fiktiven Jahr 1925 bewegt, äh, wo es denn so Rätsel gibt, ähm, mehr oder weniger komplizierte Sachen, mit einer, äh, mit der ersten, äh, äh, Roboter-Weltausstellung, die natürlich in Kiel stattgefunden hat, in dem fiktiven Universum. Und dabei habe ich denn rumgespielt wieder mit, äh, verschiedenen KI-Dingen, habe auch wieder ein paar neue Sachen, ähm, gefunden, was es da wieder alles Schönes gibt, damit das auch stilistisch so ein bisschen hinkommt von der Optik und so weiter. Ähm, ja, und, äh, gucken. Ich, äh, wie, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, ich halte das einfach mal so in die Kamera, sieht man auf jeden Fall. Man erkennt die Zeitung. Genau, man, also, es geht jetzt auch nicht um Text dazu, also, es, äh, geht um, äh, ja, also das Nachempfinden von so einer alten Zeitung mit Bildelementen und, ähm, ja, das Ganze zusammenstellen, genau. Genau, und, äh, die, die Bilder, die ja drin vorkommen, die sind natürlich aus einem neuronalen Netzwerk rausgehüpft, äh, Stable Diffusion mit, äh, lustigen Parametern dabei und, äh, da sind auch spezielle Netze nochmal obendrauf gelegt, die Bildstile nochmal verstärken, sodass das so ein bisschen Zeit reinpasst. Denn es gibt natürlich keine Bilder von dieser fiktiven Ausstellung, wo, ähm, äh, wo es damals diese erste Messe gegeben hat, die hat ja nie stattgefunden, also kann keiner davon jemals ein Bild gemacht haben, aber diese Netzwerke, die, äh, halluzinieren halt und, äh, den kriegt man mit, äh, gut gewählten Parametern, Stichworten, was da, äh, zu, äh, zu sehen ist und andere Netzen, die man drüber packt für einen speziellen Bildstil, relativ interessante Dinge bei raus. Äh, damit habe ich mich denn ein bisschen länger beschäftigt, weil mich das doch irgendwie interessiert hat und es doch sehr interessante Ergebnisse dabei gab, ähm, das sind jetzt bloß die Bilder, die da drinnen sind. Die habe ich denn, äh, hinterher genommen, habe die in Gimp reingeschmissen, habe die noch so ein bisschen bearbeitet. Das gibt da so einen Filter, dass das, äh, so aussieht, als ob das in der Zeitung gedruckt wird. Das sieht dann ein bisschen schlechter aus, als das Eingabebild, so ein bisschen Raster ist dann da drauf, das wird so ein bisschen körniger insgesamt. Dann muss das Ganze natürlich noch auf Schwarz-Weiß umgerechnet werden, dass das wirklich bloß Graustufen enthält. Und dann, ähm, habe ich die Anzahl der Graustufen auch nochmal reduziert, damit das so ein bisschen schlechter wird, aber auch realistischer aussieht. Und hinterher auch noch, äh, den Weißanteil transparent gemacht, damit man hinterher so ein bisschen das Papier durchsehen kann. Also, das Papier, was auch quasi simuliert ist, wie so altes Zeitungspapier, das soll natürlich auch durchscheinen können. Und, äh, dabei habe ich dann verschiedene Sachen miteinander kombiniert. In Inkscape das Ganze nachher zusammengebaut, dass ich dieses Zeitungslayout habe. Und bei den Texten habe ich mich, ähm, also habe ich auch mal wieder ausprobiert, ausprobiert. Neuronale Netze, die gibt es nicht bloß für Generationen von Bildern, sondern auch für Texten. Üblicherweise spucken die allerdings bloß englische Texte in, ähm, naja, also der Inhalt ist natürlich oftmals irgendwie Quatsch. Aber die Struktur von den Sätzen ist schon relativ richtig und Schreibfehler findet man auch so gut wie nicht mehr. Aber ich wollte natürlich was, was Deutsches haben dafür. Und dann hat, äh, Meta, die Firma hinter Facebook, äh, freigegeben, ein neues Lama-Modell, also Lama, äh, 3.1. Und das Ding spricht auch Deutsch. Und das sogar relativ gut. Und da habe ich mir dieses Halluzinieren sehr, äh, zum Vorteil gemacht. Es geht ja nicht um, äh, korrekte Darstellung von Fakten, sondern es darf ja auch gerne Quatsch sein. Ähm, fiktiver Blödsinn, der ganz gut ist. Da habe ich mir ein paar Sachen generieren lassen, habe die hinterher noch umgeschrieben, sodass das dann auch wirklich zusammenpasst. Aber so als Ideengeber für das Ganze, ähm, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Also Sachen, die ich, ähm, so jetzt nicht gedacht hätte. Wenn ich da mal gucke. Also, äh, äh, oder ich wollte auch Texte haben, die von der Sprache in die Zeit passen. Das hat so gar nicht funktioniert. Also, von den Ausdrücken her, das war nicht im Trainingsmaterial wo drin. Äh, von daher, das kommt nicht so davor. Von daher habe ich auch ein paar Formulierungen versucht, so ein bisschen anzupassen, sodass das so ein bisschen eher in diese, diese Zeit reinpasst. Aber es sind ein paar witzige Sachen dabei rausgekommen, die auch ganz gut passen. Also, ich habe da dann gefragt, was für Erfindungen kann man denn auf dieser Messe sich angucken? Und da war denn unter anderem bei eine Postsortiermaschine, warum nicht? Klingt jetzt ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und, äh, ein selbstfahrender Scheinwerfer. Mhm. Und, äh, wenn man jetzt, äh, was habe ich denn noch? Achso, der mechanische Schmetterling, den gibt es denn auch. Also, das ist da so, äh, ausgefallen. Äh, Registrierkassenautomaten. Hm, naja gut, ist jetzt nicht so, so wahnsinnig spannend. Aber, äh, also so als Aufhänger oder so als Ideengeber, äh, äh, zum Ideengeben, in welche Richtung man das entwickeln könnte, ist es eigentlich gar nicht schlecht. Also, ich wollte da so ein paar fiktive, ähm, äh, äh, Artikel haben. Für, äh, Zwecke. Um da drin vielleicht auch ein bisschen was verstecken zu können. Und, ja, also es ist schon durchaus interessant, was, was da so rausgekommen ist. Also, dafür kann man sowas nehmen. Wenn, wenn man jetzt nicht von so einer KI erwartet, dass die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet, ist es eigentlich total witzig, was da rauskommt. Ja. Ich glaube, also, das glaube ich dir. Ich bin nämlich letztens auch über ein KI-Tool gestoßen. Das hat sich Hello geschimpft. Das konnte anhand eines Bildes und einer Audiospur dieses Bild animieren, als ob diese Person das auch sagt. Das habe ich mal gemacht, indem ich, äh, ein Bild von mir genommen habe, auf Pixabay noch, äh, irgendeine Männerstimme irgendwas sagen lassen habe. Der braucht zwar übel lange für ein paar Sekunden, aber was da rauskommt, sieht fast natürlich aus. Würde man mich nicht kennen und nicht meinen Zahnstatus irgendwo kennen, würde das auch nicht auffallen. Also, das, was die KI nicht sieht, interpretiert sie natürlich nach einem gewissen Schemata X und meine Zähne entsprechen einfach nicht dem Schemata X. Also, das sieht schon nach was Echtem aus. Nur jemand, der mich kennt, der merkt sofort, das ist KI. Hm. Deswegen, also, aber selbst das, also, da kann man jetzt quasi Stockfotos, äh, sich als Firma einkaufen und quasi so seine eigenen Tutorials draus machen. Man braucht ja nur noch ein Foto von der Person. Das, äh, fand ich dann auch schon sehr interessant. Und auch genau mit, mit, mit L-Name, das habe ich mitbekommen, da dachte ich auch sehr interessant. Und, äh, hier wurde es gerade im Twitch-Chat geschrieben, äh, Postilium in KI, sozusagen. Also, äh, da. Inzwischen kriegt man da doch relativ viel, äh, brauchbares raus. Sag ich mal so. Zumindest, ja. Also, man muss das natürlich irgendwie nacharbeiten. Also, so ungefähr die Hälfte von dem fand ich relativ gut, was da rausgekommen ist. Und die andere Hälfte habe ich, äh, irgendwie kommt, also, weggeschmissen oder nochmal sehr stark umgearbeitet, damit es so in die Richtung ging, die ich haben wollte. Aber es ist schon eine sehr gute Basis für, äh, ja, für was, was man hinterher draus machen kann. Ansonsten müsste man jetzt sehr viele Details nochmal, äh, irgendwie recherchieren, sodass es, äh, thematisch irgendwie stimmig wird, plus Fiktion einmal ordentlich umgerührt, sodass man da, da so ein, ein Gesamtkunstwerk draus hat, sodass das ganz gut passt. Und, äh, die Vorarbeit, die war halt eben relativ gut, sodass ich, äh, als Ergebnis denn habe, das ist insgesamt stimmig. Also, es ist zwar Quatsch natürlich, wie bei allen Fiktionen, aber es macht einen relativ stimmigen Eindruck. Ja, und, äh, es ist interessant, einfach mal zu gucken, was, was das nächste, also man kann ja immer wieder auf den Knopf drücken, generiere mir mal was, und dann kommt so der selben Eingabe, Daten, die man dann gemacht hat, wieder was Neues dabei raus. Also, jedes Mal wird wieder neu gewürfelt, man bekommt einen neuen Text, und dann ist vielleicht irgendwie eine lustige Idee dabei, die man dann weiterverfolgen möchte, wie der selbstfahrende Autoscheinwerfer. Klingt bescheuert, aber dann kann man der KI sagen, hier, jetzt mach mir dazu mal eine Produktbeschreibung oder einen, einen lobhodelnden Artikel dazu, und dann bekommt man irgendeinen Text dazu. Und das ist irgendwie witzig. Ja, man kann schon relativ viel sich davon abnehmen, also, äh, an Arbeit abnehmen lassen. Man müsste wirklich mal gucken, und das so als kleines Experiment mal machen, ob man nur mit KI-Tools etwas, ähm, wie eine Pen-and-Paper-Runde, beziehungsweise so eine Pen-and-Paper-Partie zusammenkriegt. Also, so ungefähr vom, vom, vom Worldbuilding her, was ja dann doch so für einen, ähm, Spielleiter relativ aufwendig ist, ähm, sich die Welt drum herum ausdenken. Vielleicht dann noch irgendwie, äh, am Ambient-Sounds, also ein bisschen Hintergrundmusik, Geräusche-Ähnliches. Dann könnte man dann vermutlich sogar in Rätseln mit KI-Bildern, äh, arbeiten. Man müsste echt mal gucken, ob man inzwischen diese Tools für sowas nutzen könnte. Also in Gänze. Dass man quasi wirklich nur noch quasi, ähm, Rollen tauscht. Also, man nur noch quasi so ein bisschen, äh, das Lose zusammenführt und ausführt. Und, ähm, das, was vorher der, der Mensch war, die Kreativität einfach mal die KI machen lässt. Aber nur so nicht bei ihr. Das war jetzt, äh, Gedankenspiel. Das müsste man mal gucken. Ich meine, bei irgendeinem Computerspiel hatten sie sogar das umgesetzt, dass Dialoge von diesen NPCs, ähm, durch KI direkt generiert werden. Also, dass das nicht vorher geskriptet ausformuliert ist, sondern dass die frei auf Eingaben auch reagieren können. Und, wie, 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 wie war das noch? Hat das nicht funktioniert, dass da irgendwelcher Quatsch rauskam und dass sie es wieder rausgepatcht haben? Kann ich dir nicht sagen. Also, irgendwas hatte ich auch mal im Vorbeigehen gehört, gelesen, oder, ja. Aber ich hab's auch nicht mehr 100% in dem Kopf. Ob's Bethesda war mit dem nächsten Skyrim, weiß ich. Ach, mit dem nächsten Skyrim, äh. mit dem nächsten Elder Scrolls. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Also, irgendwo hab ich's mal gehört oder, äh, wie gesagt, gelesen. Aber was daraus geworden ist, weiß ich noch nicht. Also, das ist an mir vorbeigegangen. Also, ist natürlich eine tolle Idee, aber es funktioniert halt bloß bis zum gewissen Grad. Und irgendwann driften diese, die, die Ausgaben, die da kommen, einfach zu weit thematisch weg. Also, für eine gewisse Zeit funktioniert das, aber dann setzt bei denen irgendwie so das Vergessen ein, worum sich das denn überhaupt geht. Und, äh, teilweise resetten die sich denn auch wieder. Und dann stellen die sich um von, von der Rolle, die man denen gegeben hat auf, äh, ich bin jetzt der Standard-Bot von Amazon oder sowas und versuche jetzt, äh, hier, ähm, ein hilfreicher Assistent zu sein. Und, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Also, das, das klappt immer bloß eine gewisse Zeit. Dann vergessen die ihr, die ihr, ihre Rolle, ihr Wissen, was, äh, was ihr eigentlich aus dem Gespräch, was man vielleicht vorher geführt hat, eigentlich rausziehen sollt. Das ist irgendwann dann weg und dann, äh, passt das einfach nicht mehr. Ja. Ja, kann schon sein. Ach, Onkelchen Tux hat, äh, in den Chat geschrieben, Skyrim war schon richtig, das war mal eine Community-Mod mit dieser KI, äh? Ah, okay. Und da hab ich's irgendwie, äh, irgendwie, äh, Elder Scrolls-Technisch hab ich's ja auch schon richtig eingeordnet. Dass das unterbewusst dann Skyrim war, okay. Ja, inzwischen ist ja komplett Skyrim auch, äh, reverse-engineert. Obwohl, muss es gar nicht, weil es ist ja eh, ähm, für Morderoffen. War ja nur eine Frage der Zeit. Aber warum das da nicht funktioniert hat, weiß ich jetzt gar nicht. Da bin ich nicht hinterher. Ist, ist aber jetzt, denk ich mal, auch nicht weiter schlimm. Ja, also, KI, unglaublich. Also, hat mich auch mal wieder letztens, äh, ziemlich erstaunt. Manche Sachen können sie immer noch nicht gut, aber, äh, ist ja eigentlich auch ganz vorteilhaft, dass die KI noch nicht so gut ist. Das stimmt. Das gab jetzt was Neues wieder. Wie heißt denn das? Also, das gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das eine heißt Schnell, also wirklich deutsches Schnell, F1 Schnell, oder? Ah. Und, äh, gibt es eine, äh, Entwicklerversion, die heißt dann, äh, F1 Dev, oder so, und dann gibt es noch, äh, so eine kommerzielle. Also, es ist, die, die, die haben auch verschiedene Größen. Äh, da dieses, äh, die Schnellvariante, die steht unter der Apache Lizenz, also, die kannst du frei einsetzen, wie du willst. Äh, die ist Developer-Dingsbums, das hat irgendwie, weiß ich nicht, also, das hat, hat eine Einschränkung wohl, ist aber deutlich größer und dieses andere ist halt kommerziell, das kannst du bloß bei denen als, ähm, on demand einkaufen, also, das läuft dann auf deren Systemen in dem Rechenzentrum dort und, äh, da greifst du dann über eine API zu. Und das Kleinste, das braucht allerdings schon 24 Gigabyte Grafikspeicher, sonst kriegst du es überhaupt nicht da reingeschoben und da war ich mit meinem Publiga 8 natürlich, ähm, ja, da außen vor. Aber so ein paar Sachen sehen natürlich wieder ganz nett aus, die damit generiert wurden und, äh, ja, aber, so eine Demo, die ich mir angeguckt habe, wo ich denn auch, die Bilder, die ich denn hier, ähm, lokal mit dem Stability Fusion XL Modell gemacht habe, da habe ich dieselben Prompts dann mal reingeschmissen und mal geguckt, was da rausgekommen ist und das war jetzt erstmal so nicht viel besser. Also, nicht, dass ich gesagt hätte, wow, das musst du jetzt unbedingt haben, jetzt musst du unbedingt irgendwo so eine Grafikkarte herkriegen. Kosten ja scheiß viel Geld, die Dinger. Ich habe spaßeshalber mal geguckt, die, ähm, meine Frage, bevor, bevor du was sagst, Nvidia, es ist immer noch Nvidia, oder? AMD-Grafikkarten sind immer noch nicht, für KI so wirklich optimiert. Hab ich, also, sie sind ja dabei. Nvidia hatte den großen Vorteil, dass sie ja schon sehr lange mit CUDA mit dabei sind, mit, ähm, beschleunig, Grafikkarten oder auch wirklich, äh, äh, nur, beschleuniger Karten, die zwar prinzipiell so ähnlich funktionieren, wie eine Grafikkarte, äh, äh, da sind sie ja schon sehr, sehr lange bei, und, äh, AMD humpelt da so ein bisschen hinterher. Also, was ähnliches wie, das CUDA, diese API gibt es auch, die heißt ROG, aber das Ganze ist weniger weit verbreitet, weniger optimiert. Ähm, ich weiß nicht, ob es das auch für AMD-Grafikkarten überhaupt gegeben hätte, oder ob die jetzt, äh, sagen, das ist nur für CUDA. Kann auch sein. Wäre schön, wenn, wenn es mehr Auswahl dort überhaupt geben würde, dass man freier die Hardware wählen kann, denn auf einer CPU das zu rechnen, das, das geht gar nicht. Also, das ist viel zu langsam, selbst wenn man da jetzt, äh, vielleicht Epic mit, äh, X-Kern mit beschäftigt, kann natürlich sein, aber das Ding wird wahrscheinlich immer noch langsamer sein, als eine Grafikkarte. Also auf jeden Fall. Also, ja, ist leider im Moment wirklich so, ja. Ich hab grad mal parallel geguckt, also, da musst du ja schon die, die größten Grafikkarten, die Nvidia grad hat, also die 4090, um an die 24 Gigabyte, äh, VRAM zu kommen. Die, die 3090 kann das, glaub ich, auch. Also, ich glaub, die hat er auch. Und, das günstigste Angebot, was ich da mal so gesehen habe, war bei 1700. Ich würd grad sagen, nur knapp zwei Scheine. AMDs größte Grafikkarte würde nur so um die 1000 kosten, aber, hm, hm, ja, naja, also, würd ich jetzt so oder so nicht dafür ausgeben wollen. Naja, du musst, du brauchst ja dann, da ist ja noch ein Rattenschwanz hinten dran, denn nur für die Anwendung. Du brauchst ja dementsprechend noch ein passendes Netzteil. Ja. Und, äh, man darf ja nicht vergessen, für alle, die es nicht wissen, ähm, Nvidia hat mit der letzten, oder mit der neuesten Grafikkartengeneration auch mal wieder den Stromanschluss geändert. Es war mal wieder so weit. Ja. Das ist, ähm, ja, so ein, so ein, hm, hm, so ein kleiner Wermutstropfen, aber, oh mein Gott, was soll's. Ja, und eben, äh, den Strom muss man sich dann auch leisten können, also, die ist ja nicht umsonst, also, die, die läuft ja dann nicht nur so auf, auf, auf Sparflamme, nee, die ist ja dann nicht nur, dass der RAM, wie RAM voll ausgenutzt wird, sondern, da arbeitet ja alles, da ist ja ein bisschen Spiel noch Pille-Palle dagegen, also, die sind ja da komplett, beschäftigt, selbst bei dieser, ähm, Hello-Geschichte aus dem Bild und der Audio-Pile, ähm, was zu machen, der hat, wie gesagt, für ein paar Sekunden, knapp halbe Stunde, äh, auf Volllast die Grafikkarte gerechnet, und, ähm, das, das waren nicht wenige Watt, die sich die hier gegönnt hat. das stimmt, das ist ja sowieso ein großes Problem mit, äh, mit diesem ganzen KI-Krempel, das braucht ja wahnsinnig viel, äh, und natürlich auch sehr viel Hardware, die extra dafür von Rechtszentren gekauft wird, also wirklich bloß für diesen Zweck, wirklich viel andere Anwendungs- und Nachnutzungsmöglichkeiten wird's da wahrscheinlich gar nicht geben, äh, äh, denn, äh, selbst wenn das jetzt veraltet ist, ich meine, wer übernimmt denn mal so ein komplettes Rechenzentrum mit diesen, äh, Rechenbeschleunigern, also eine Universität oder so hätte wahrscheinlich eher nicht so den Platz, einfach mal das ganze Zeug da reinzupacken, der Aufwand wäre wahrscheinlich viel zu groß, das zu machen, und so schnell wie die Entwicklung da im Moment funktioniert, ähm, ja, wie, wie, wie lange mag so ein Rechenbeschleuniger benutzt werden? Fünf Jahre? Maximal zehn? Ähm, ich denk zehn wahrscheinlich. Nicht, also, bei der Geschichte würde ich sagen, nicht mal, weil, ja, ist ja eigentlich dafür gedacht, dass der permanent eben rechnet, ansonsten, wenn der quasi leer läuft, ist ja auch sinnlos, also die müssen ja die, 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 die Hardware-Dimensionen so, ähm, einschätzen, dass das auch wirklich benutzt wird. Und ich glaub, wenn das Ding wirklich sehr, sehr lange, sehr lange läuft, sehr, sehr lange, sehr lange läuft, ist auch ein super Satz, könnte aus der KI gefallen sein. Vielleicht ist das alles auch KI generiert hier, was ihr gerade seht. Man weiß es nicht. Ähm, doch, wir wissen es, dass das nicht KI generiert. Das, ähm, wo wollte ich hin? Ähm, das ist ja auch alles, ähm, man konnte es ja sehen, bei der ganzen, äh, Krypto-Mining-Geschichte, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, die ja auch nochmal den Grafikkartenmarkt zusätzlich zu der, äh, zu dem KI, äh, Markt nochmal richtig, äh, aufgewühlt und, äh, die Preise nach oben geschraubt hat. Da hat man es ja gesehen, also die Grafikkarten, als dieser Mining-Boom von, ähm, war das Ethereum, ich glaube, Ethereum vorbei war, sind ja ganz viele Grafikkarten, wie da bei, äh, Second-Hand-Plattformen a la Ebay oder weiß der Geier wo noch gelandet, die konntest du ja fast nicht benutzen, weil die quasi kaputt gearbeitet sind, also, da war nicht mehr viel Freude dran. Die waren zwar spottbillig, aber das Geld waren sie dann auch nicht mehr wert. Und so ähnlich, so ähnlich in Anführungszeichen, stelle ich es mir vor, bei diesen KI-Geschichten, wenn die nicht arbeiten, sind die eigentlich sinnfrei. Und ich glaube fast auch, dass die so nach einer gewissen Zeit, also maximal fünf Jahre, würde ich das jetzt einschätzen, einfach Elektroshot sind. Kann sein, was war mit den Grafikkarten, die zum Mining verwendet wurden? Ne, die waren auf, ähm, das waren Desktop-Grafikkarten, die gar nicht dafür ausgelegt waren, wirklich 24-7 zu laufen, wurden aber trotzdem, äh, dafür eingesetzt. und dadurch, dass die 24-7 auf Volllast gelaufen sind, haben die sich quasi so kontinuierlich selbst zerstört. Durch die, durch den permanenten Stromfluss, durch die, latente, leichte Überhitzung, sind die halt irgendwann sehr, sehr schnell kaputt gegangen. Und wenn sie nicht kaputt gegangen sind und irgendwie nochmal den, den, den Weg in, in Second Hand oder so gefunden haben, hast du da auch nicht lange Freude dran gehabt, weil die diesen Leistungsunterschiedssprung gar nicht so richtig mitbekommen haben. Also die sind sehr schnell dann danach auch kaputt gegangen. Da hast du einfach keine Freude dran gehabt. Das, was ähnlich ist, kriegst du ja, oder hat man ja jetzt bei der letzten, äh, lass mich nicht lügen, was die letzte oder vorletzte Intel-Generation, ähm, oder es ist die aktuelle Intel-Generation, eine Intel-CPU-Generation hat's drauf, sich selber kaputt zu machen. Weil die einfach zu heiß laufen, also im Core selber, da kannst du kühlen, was du willst, ähm, das musste so gepatcht werden, dass, äh, die CPUs 20 oder 25 Prozent Leistung, also, netto Rechenleistung verloren haben, damit die eben nicht mehr kaputt gehen. Und alle, die bis dahin sich schon leicht zerstört haben, sagt sich Intel, ja, das ist kein Garantiefall, das ist halt so. Das, äh, ist auch so ein Ding. Also, um wieder zurück zu den Grafikkarten, die sind halt durch die Falschbenutzung kaputt gegangen. Das ist ähnlich, als hättest du ein Auto falsch getankt. Und dann bist du halt damit gefahren. Ähm, also, da hattest du denn Instabilitäten irgendwann oder Grafikfehler, oder? Das war noch das Beste. Also, du hast kurz Grafikfehler, vielleicht Instabilitäten und dann war das Ding einfach kaputt. Okay, also komplett durchgebrannt. Ja. Aus. Ja. Okay. Hm. Ja, nicht gut. Also, und ich glaube, so KI-Anwendungsgeschichten, da ist es ähnlich. Also, ich, na gut, jetzt ist man auch nicht aktiv dort in dieser Technologie und in dem Umfeld drin, ob man jetzt wirklich direkt Spezialkarten dafür hat, wo das berücksichtigt wurde oder ob die Entwicklung dessen noch viel zu aufwendig und zu teuer ist für den, Anführungszeichen, kleinen Markt im Vergleich zu Consumer-Geräten muss man jetzt ganz klar abstecken, dann nehmen die halt in Kauf, dass die Dinger nur ein paar Jahre halten. Gegengerechnet, das ist dann irgendwann nur noch Makulatur, glaube ich. also den größten Umsatz und den größten Gewinn macht NVIDIA ja mit diesen Rechenbeschleunigern, also diese, weißt du, die H100 und es gibt noch irgendwie was anderes, eins davon ist das neuere und das andere ist das ältere und ein Blackwell oder was weiß ich da alles. diese Dinger, also das ist das, womit die richtig Reibach machen, die paar Grafikkarten, die die sonst nebenbei nochmal so verkaufen an die Geringverdiener unter uns, das interessiert die eigentlich gar nicht so wirklich, das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Also Rechenzentren, die diese Rechenbeschleuniger kaufen, das ist das, wo das richtige Geld gemacht wird. Okay. Ja. Aber ob diese Rechenbeschleuniger auf was für eine Zeit die ausgelegt sind, vielleicht wirklich bloß fünf Jahre und das ist ja egal, dann braucht man es eh nicht mehr, wird weggeschmissen, technisch überholt oder es ist halt vorher kaputt. Ja, über fünf Jahre abgeschrieben und danach vielleicht, ja. Ist es nicht mehr in der Buchführung? Keine Ahnung. Also da können wir jetzt nur spekulieren. Also wie gesagt, in der Szene sind wir glaube ich nicht drin und ich glaube, selbst dann sind die sehr, sehr verschwiegen, was das angeht. Aber ja. Wenn man mal für zu Hause sowas ausprobieren möchte, dann braucht man schon eine richtig, richtig, richtig große Grafikkarte dafür. Und das nötige Kleingeld für den Strom. Das stimmt. Ja. Ja. Hast du noch irgendwas? Nichts wirklich. Nein. Ich habe mich nur letztens über MailCow geärgert. Aber was heißt letztens? Ich ärgere mich über MailCow. Das ist wieder dieses Thema. Naja, das ist jetzt nur das Randthema. Ich ärgere mich eher über MailCow als über Mails. Mit dem aktuellen Patch von dieser Woche haben die eine Docker-Mindestversion vorausgesetzt. und es ist nicht die Docker-Version, die in den Debian 12 Stable Repos drin sind. Ich müsste mal ein Docker-Update auf meinem Server machen. Und ich weiß, bei der Migration hat schon gekracht. Also da werde ich irgendwann mal ein Wochenende vermutlich Zeit investieren müssen, um meinen Mail-Server abzudaten, weil da eine Abhängigkeit nicht mehr passt. Und beim Wechsel dieser Abhängigkeit passt was anderes dann wieder nicht. Es wird schön. Ja, mein Gott. Habe ich mir so ausgesucht. Ja. Und auf, wie heißt das Gegenstück? Du hättest etwas die sich auf Podman. Ich glaube, Podman, MailCow ist gar nicht Podman-kompatibel. Ah, okay. Keine Option. Hm. Ja, du. Im Endeffekt macht es eh immer Sinn, die aktuellste Docker-Version zu nehmen. Ich habe es immer sehr lange vor mich hergeschoben, weil ich nicht die Nötigkeit habe. Jetzt kann ich es nicht mehr herschieben, weil ich jetzt die Nötigkeit habe. Also. Was willst du machen? Das ist halt so. Manchmal ergibt sich das denn. Irgendwann kannst du es nicht mehr weiterschieben und dann ist es so. Ja, aber ich möchte auch MailCow nicht mehr missen. Also das ist echt ein Projekt, wo die Leute da auch mit genügend, also was heißt mit genügend, mit sehr viel Herzblut und Sachverstand dran rumwerkeln. Das Ding ist rund in sich schlüssig mit allen aktuellen Mail-Features, die man so haben kann. Was will man mehr? Das ist halt wirklich die Wunschlos glücklich Mail-Lösung ist zwar auch sehr stark angewachsen, das muss man ja auch sagen. Das sind jetzt über 28 Container, die du in diesem Projekt hast, für was, jetzt kommen die bösen Anführungsstrichen, etwas Triviales wie Mail. Aber es ist halt so, inzwischen ist es, es ist halt so. Was, 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 was will man da machen? Nicht viel. Es hat sich, es hat sich sehr gut weiterentwickelt und es ist halt nun mal, je mehr du dich entwickelst, je mehr du da reinbringst, desto größer wird halt so ein Projekt. Es darf halt nur nicht, ich sag mal, eskalieren, dass das irgendwann komplett wild wird und anwächst. Das wäre natürlich wie für jedes Projekt eher so ein Genickbruchkriterium, das möchte man auch nicht. Naja. Ja. Haben wir noch abschließende Worte, außer nochmal, du hast gerade aus der Tasse getrunken, war das die richtige? Wir können nochmal an die Tasse verweisen. Genau. Die Tasse kriege ich nochmal ins Bild. Genau. Wenn ihr da eine haben möchtet. Lorenz hatte noch die Frage, warum, warum aber ein eigener Mail-Server, das wäre doch vielleicht ein gutes Abschlusswort. Warum möchtest du einen eigenen Mail-Server betreiben? Weil ich ganz gerne volle Kontrolle haben möchte und eben mich nicht auf einen Mail-Anbieter verlassen möchte. Wenn jetzt der Mail-Anbieter sagt, ja, auf unseren Mail-Servern tun wir eine RBL-Liste wie, scheiße, jetzt kommen wir wirklich zu dem Thema UC E-Protect benutzen, dann tust du dir keine Gefallen damit. Also ich habe einfach die komplette Kontrolle über mein Mail-Setup. Ich möchte das jetzt nicht irgendwo abgeben. Das ist halt so für mich ein persönliches Ding. Firmen weiß ich nicht, ob sie das so möchten. Ist auch so eine Sache. Ich habe, sage ich mal, die Ansprüche und auch das Wissen drüber, damit ich das Ding selber arbeite. Ist so ein Spleen von mir, das ist halt so. Und für jeden anders, das ist so eine Entscheidung. Also Kontrolle und vor allem Wissen, warum Dinge so sind, das ist halt sehr wertvoll, gerade in dem Fall, wenn irgendwas nicht funktioniert, wird dir sehr viel an irgendwelche Hoster oder sonst irgendwas abgegeben. Gibt ja Große, die sowas einem abnehmen, auch für relativ schmales Geld. Aber man gibt ja sehr viel Kontrolle damit ab und ist denen relativ schutzlos dann auch ausgeliefert. Wenn die sagen, naja, Softwareproblem können wir nichts machen, dann ist das halt so, dann kannst du nichts machen. Und wenn du es selbst machst und auch weißt, was du da tust, ist das immer ein Vorteil oder eine Verbesserung deiner Position insgesamt. Wissen ist immer gut. Wissen und die Möglichkeit, sich selbst helfen zu können. Ja. Ja, und weil du es ja quasi schon fast so angesprochen hast, Mail war ja schon immer dezentral. Und jetzt wird es so ganz langsam aber sicher so ein bisschen, oder was jetzt so langsam aber sicher, inzwischen hat sich so ein, wie heißt das Wort, Oligopol? Also einige wenige Große so in der Welt rauskristallisiert, also Microsoft als Mailanbieter, Google als Mailanbieter, Web.de, Gmx hängen da zusammen, Yandex, wenn man gen Osten geht, vielleicht noch so, oder Mail.ru. Die versuchen jetzt so wirklich Internetpolizei oder zumindest SMTP-Polizei zu spielen. Man ist da so ein bisschen ausgeliefert bei den ganzen Leuten. Also ich muss jetzt vermutlich jeder Mail-Admin zustimmen oder gleich raunen, wenn ich sage Microsoft-Blockliste. Das ist mitunter willkürlich, wie man da drauf landet. Die sagen zwar, entspreche den üblichen RFCs und am besten tust du sogar noch unseren Programm, unseren zwei Programmen, dich anschließen, damit wir mehr Daten von dir sammeln. Das bringt dir aber quasi gar nichts, weil du landest trotzdem auf unserer Blockliste, weil wir selber nicht mehr wissen, wie die funktioniert. Das ist absolut genial. Wer mal sich von der Microsoft-Blockliste delistet hat, weiß, was das für eine Veranstaltung ist, für eine wahnwitzige. Das ist erst automatisiert, wo man den Fehler copy-pasten muss, wo wirklich drin steht, sie sind dann und dann auf unserer Liste gewesen. Dann sagt der Computer einfach als Abwimmelmechanismus, wir können nichts finden, das ist alles cool. Da muss man dem Ganzen wirklich händisch widersprechen, auf diese E-Mail-Antworten, damit sich das überhaupt mal ein echter Mensch anguckt und dann sagt, ah ja, stimmt. Na gut, wir tun sie mal wieder delisten. Das kann aber bis zu 48 Stunden dauern. Und dann ist man irgendwann wieder auf dieser Liste drauf und dann geht das ganze Trauerspiel von vorne los. Also egal, was du automatisiert dort abgibst, es ist immer alles cool. Wir können gar nichts finden. Das ist inzwischen absolut, absoluter Abschuss. Also das macht keinen Spaß. Deswegen lobe ich mir immer noch jeden kleinen Hoster, der wenigstens klar kommuniziert, warum hat der meine oder jeder, der seinen Server selber betreibt, oder haben die meistens so konfiguriert, dass das, oder was heißt so konfiguriert, entweder kriegt man eine Antwort, warum man nicht angenommen wurde, oder man kann noch jemanden anrufen oder kontaktieren, der ihnen das sagen kann. Bei den großen Firmen, so, und wenn man hier nochmal UCE Protect reinnimmt, man kann sich delisten lassen für sehr viel Geld, irgendwas über 400 Schweizer Franken, dann kann man sich dort delisten lassen, das hat aber keinen Einfluss darauf, dass man dort wieder drauf landet. Also man kann sich in einer Woche delisten lassen und in der nächsten Woche ist man wieder drauf. Um dauerhaft dort rauszukommen, muss man Monats- oder Jahresgebühr bezahlen, um da zumindest für eine gewisse Zeit X nicht drauf zu lassen. Das ist genau so eine Geldschneiderei und unseriöse Sache. Also gib mir Geld, damit deine Post ankommt. Also das ist so ein bisschen Internetpolizei und Erpresserei. Ja, also wir wollen ja nicht, dass es zu einem Unfall kommt, nicht wahr? Genau. Ja. Wenn dann der abgetrennte Kopf des SMTP-Servers unter deiner Bettdecke liegt am nächsten Morgen, wie sowas. Ja. Das, wie gesagt, also das sind so ärgerliche Sachen. Und wenn man dann so hört, naja, jetzt sind wir zu Microsoft gewechselt, läuft auch nicht besser, aber Microsoft hat einen größeren Hebel, weil wieder ein Empfänger mehr auf ihrer Seite ist, wo sie wieder, das, das, das stört mich so ein bisschen. Dann kriegt man deren Fehler kurz, das ist ja noch das, das, das viel, viel verrücktere, die nehmen sich raus, weiß nicht, ob du das schon öfter mal gesehen hast, wenn du den Keylooks Mail-Server hast, unter Betreuung, oder? Ich habe auch einen eigenen, genau. Oder so. wenn du da mal guckst, wenn du von den ganzen großen so kompletten neue SMTP-Fehler bekommst, die gar nicht mehr dem ursprünglichen SMTP-Fehler-Code entsprechen, dann ist, auf was man sich ja eigentlich mal geeinigt hat vor Jahren, Jahrzehnten, ist dann auch wieder so Wahnsinn und da muss man erst mal gucken, was heißt das bei denen, dann kriegt man bei denen keine eindeutige Antwort, ja, und dann muss man in irgendwelchen Voren, naja, ich habe das gemacht, dann bin ich da wieder rausgekommen oder das und das hat dir geholfen, ob es das ist, wissen wir nicht, aber es ist absolut wahnwitzig, weil das Beste bei der Microsoft-Blockliste ist, es gibt zwei Fehlercodes dafür, einen mit einer 30 hinten und einen mit einer 50 hinten. Die höhere Zahl bedeutet, du wurdest nur gedrosselt, wir nehmen noch Post an, wenn wir gute Laune haben. 30 bedeutet, alles, was du uns schickst, schmeiß mal weg, grundsätzlich. Ist aber ansonsten beides derselbe Text davor, das ist absoluter Wahnsinn. Also, das sind so die Leiden eines Postmasters, wo du denkst, schreibst doch ganz normal hin mit, ach, wieso nicht 5,5 irgendwas, oder, es ist, macht keinen Spaß. gedacht, die Fehlermeldung entspricht dem Betrag, den du überweisen musst. Aber, ja, aber es klingt nach einem guten Geschäftsmodell eigentlich, ne? Ja, klar. Deswegen ist es ja auch teilweise so, wie es ist. Solange du einen Dummen findest, der das bezahlt, rentiert sich es ja. Und Mail ist ja so ein Ding, das ist ja auf der ganzen Welt. Selbst wenn du nur in einem Land einen Dummen findest. Wie viele Nationen haben wir? Über 170, wenn nicht sogar mehr? Weiß ich jetzt nicht, müsste ich lügen. Das ist denn die Abschlussfrage? 194 hat der Uwe hier reingeschrieben. Ich glaube, das war die Antwort drauf. Das klingt jetzt gar nicht so verkehrt. 194 mal 400 Schweizer Franken, dann weißt du doch, was du schon in einer Woche zusammen kriegst. Gar nicht schlecht, ne? Ja, deswegen. Nee, deswegen, also das, da habe ich doch lieber selber, also einerseits die Kontrolle über das, was ich mit den Mails mache, andererseits das Beste ist ja auch, wenn, das kommt immer ein bisschen auf den Hoster drauf an, ob du überhaupt eine Bounce Message zurückbekommst, wo du was rauslesen kannst. Manche Hoster sagen auch, wenn das nicht angenommen wird von der Gegenseite, bleibt die Bounce Message bei uns, also dieses Undelivered, die Undelivered Mail, und wir geben einfach nur dem Kunden, ja, E-Mail konnte nicht zugestellt werden. Gibt's auch, und dann tut man auch sehr, sehr mit den Beinen schlackern und rudern und ist dann nicht glücklich. Also es hat alles Vorteile, auch jeder, der beim Hoster ist, kann ich verstehen, weil das ist ein Kaninchenbau, den man dann quasi durchforstet und man schläft dadurch definitiv nicht ruhiger. Also es ist, da sind mitunter richtig ärgerliche Sachen dabei. Aber man lernt auch sehr viel. Wie gesagt. Das stimmt, ja. Also kommt immer darauf an, wer du bist, was du vorhast. Also für, ach, keine Ahnung, was kostet so ein Ding? Obwohl über Strato haben sie es sogar erhöht, die Smail-Dings, was ich schon sehr lange habe, das kostet jetzt 5 Euro im Monat oder so, von irgendwie 3 vorher. Aber den ganzen Ärger, den du dir damit einhandelst, wenn du das selbst machst, also das ist eigentlich überhaupt nicht wert. Also jedenfalls für Privatleute, also Firmen, die sehen es teilweise ja komplett anders. Oder wenn man wissen will, Kontrolle haben will, dann ist einem die, ja, rechnet man die Zeit ja auch nicht. Aber so für Privatleute, denen ist das egal. Oder wenn die da die E-Mail-Adresse nehmen, die sie von ihrem Telefon- und Internetanbieter mit dazu kriegen, so T-Online, die sind ja auch manchmal ein bisschen komisch drauf, drauf, dann ist das halt so. Damit freuen sich ja 99,9% der Leute sowieso ja nicht befassen. Das ist nicht deren Thema. Richtig. Oder jeder Android- oder IOS-Nutzer hat ja auch automatisch da eine E-Mail. Also damals in den Aufbruchzeiten der Smartphones. Das gab es ja quasi hinterhergeworfen dazu, weil man es brauchte. Da hat man sich die dort erstellt und nutzt die seitdem her. Also es ist auch wieder so ein Ding. Es war bequem, es ist da, es funktioniert. Das ist ja eigentlich auch clever, wenn du jetzt ein Anbieter bist und sagst, übrigens in dem Paket ist auch noch eine kostenlose E-Mail-Adresse mit dabei, dann überlegst du dir, wenn du die jetzt mit sehr vielen Leuten geteilt hast, ob du jetzt den Internetanbieter wechselst und dann ist ja deine schöne T-Online-Adresse weg. Wenn du jetzt zu 1&1 oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas anderem wechselst. Also die sind nicht ganz blöd. Ja, das ist so ein bisschen, wie nennt man das, Spearfishing im Business-Sprech. Die gehen da ganz gezielt mit rein und tun nicht genau mit sowas locken. Und dann haben sie dich. Zumindest dein Anteil an deren Markt. Und es ist für die ja günstig. Richtig. Also wenn du jetzt schon halbe Millionen E-Mail-Adressen hast, dann kommt es auf ein paar Tausend auch nicht mehr drauf an. Das kostet in der Verwaltung nicht viel mehr, aber wenn du damit diese Kundenbindung so ein bisschen enger machst, dann ja lohnt sich das ja durchaus. aus. Gut. Lass mal das Thema lieber. Genau. Lassen wir das, bevor die Laune noch etwas schlechter wird. Naja, nee, das ist eigentlich ganz okay. Aber das sind halt so Wahnsinnsmomente, wo man sich so denkt, hat man gerade den Verstand verloren, aber das geht aber noch. Oder wenn so Anbieter so klammheimlich so Sachen einführen und die gar nicht so richtig öffentlich kommunizieren. Gut, Mail-Admins und Postmaster sind eh so eine geschlossene Gemeinschaft, also was heißt geschlossene Gemeinschaft, die nehmen es wie es kommt, aber irgendwann hat Google Anfang dieses Jahres oder zum Jahreswechsel ihren Spam Prüf Algorithmus angepasst, dass man jetzt auch ein Reverse-DNS auf IPv6 braucht. Vorher hat ein IPv4 Reverse-DNS Eintrag gereicht. Okay. Das sind auch so Sachen, wo man sich so denkt. Und dann guckt man bei manchen Hostern, ob die überhaupt RDNS für IPv6 anbieten. Gute Frage. Ist nicht ganz so einfach. Nee. Tja. Wobei IPv6 ja auch schon inzwischen ein alter Hut ist. 30 Jahre oder sogar schon länger IPv6. So grob. 20 Jahre auf jeden Fall. Mal gucken. 98. Ah, okay. Dann auch nicht ganz. 26 Jahre. Können wir 2028 drei Jahre IPv6 feiern und warum es sich immer noch nicht durchgesetzt hat? Weil wir immer noch nicht flächendeckend Glasfaser in Deutschland haben. Ganz einfach. Ja, wir brauchen mehr IoT-Geräte, die alle eine eigene IP-Adresse brauchen. Dann klappt das auch damit. Ja. Genau, dass die ja eigenes IoT-Botnetz bilden. Ich glaube, die Geräte haben als erstes wirklich flächendeckendes Internet. Und das S bei IoT steht ja für Security. Trusted Security. Ja, nee. Ich sage mal so, wahr Höhen. Lassen wir es lieber für weiter. Das wird eh ganz wahnwitzig. Ich bedanke mich bei jedem, der gerade noch live dabei ist. Bei dir ganz herzlich und bei allen, die sich es dann später nochmal anhören, ansehen auf Spotify oder eben auf Nicht-der-Weiß-Her- Letzter-Schluss oder auf unserem TUX-Tage- YouTube-Channel Danke an dich Hauke und du hast wie immer das letzte Wort für die Folge. Ja, danke auch, dass du es wieder organisiert hast und hattest du Spotify erwähnt? Ja. Okay, gut. Ja, also ihr kommt quasi nicht dran vorbei. Irgendwo im Internet werdet ihr über diese Folge stolpern, hört euch die gerne an, teilt die gerne mit anderen und guckt gerne ins Programm der Kilo Open Source und Linux Tage. Wenn ihr möchtet, bestellt euch eine Tasse vor und natürlich bietet was für die TUX-Tage an. Da könnt ihr Vorträge und Workshops einreichen für den 2. November, da findet es statt und Einsendeschluss ist der 15. September. Ja, gut. Damit hast du, glaube ich, abgearbeitet. Genau, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo, tschö. Tschö.